Hallo, ich stehe gerade an der Bahn, weil ich nämlich nach Bonn fahre und zwar gehe ich zum Friseur. Ich werde nämlich meine richtig langen Haare, die leider total kaputt sind, abschneiden. Ja, die sehen jetzt noch so aus. Also ich habe ja hier den Sidecard und ja, sind eigentlich ziemlich lang und ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch total. Und ja, ich nehme euch jetzt mal zum Friseur. Viel Spaß. Das ist die meisten, die sich am Anfang nicht getraut haben, die abzuschneiden und sagen am Ende, das war die beste Entscheidung. Ja. Fuck. 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 Wie heißt der Gabi eigentlich? Eigentlich, ne? Wie soll das eigentlich sein? Wie soll das eigentlich sein? Kurz. Überall? Ja, so eine Kurzzeitperson. Ja. Ja. Oh my goodness. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020